Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über Global Shutter und Rolling Shutter sprechen aus aktuellem Anlass, denn Sony hat die A9 III vorgestellt, die weltweit erste Consumer Kamera mit Global Shutter. Und das kennen wir bislang nur aus sehr teuren Kinokameras, die dieses Prinzip auch beinhalten oder beherbergen. Und in dem normalen Kamerasegment, im normalen Kameramarkt, ist es jetzt die erste Kamera, die das auch endlich kann. Ich denke, das wird, und wir spoilern gerade noch ein bisschen voraus, das wird in Zukunft alle Kameras irgendwann betreffen. Es wird, denke ich, in Zukunft irgendwann jede Kamera spätestens dann diesen Global Shutter auch besitzen, weil es einfach viele Vorteile mit sich bringt. Die Unterschiede sind recht schnell genannt, denn es gibt eigentlich nur einen Unterschied zwischen beiden Verfahren. Und zwar ist das die Auslesegeschwindigkeit und die Art des Auslesens. Und das bringt sehr viel Potenzial mit sich, sehr viele Möglichkeiten. Kameras wie diese hier, die Fuji, die hat noch die normale Auslesemöglichkeit oder das normale Ausleseverfahren, was eben einen Rolling Shutter mit sich bringen kann. Erkläre ich gleich ganz kurz. Das heißt, der Sensor wird Zeile für Zeile ausgelesen. Wenn ich jetzt alles einstelle und möchte mein Foto aufnehmen oder ich möchte ein Video aufnehmen, es sind ja auch viele Bilder nacheinander aufgenommen, ein Video, dann wird der Sensor Zeile für Zeile ausgelesen. Und das ist bei statischen Motiven, die sich nicht bewegen, drinnen oder draußen, ist es fast egal. Da spielt es keine Rolle, ob ich einen normalen Sensor habe oder einen Global Shutter habe, also einen Verschluss, der quasi auf einmal ausgelöst wird. Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Aber wenn ich bewegende Motive habe, spätestens bei Blitzfotografie, wo es auch darauf ankommt, was ich für eine Blitzsynchronisationszeit kann, beziehungsweise in der Sport-Action-Fotografie, da ist das ein Thema definitiv. Vor allen Dingen bei den Golfspielern, die werden ja sehr gern als Vergleich hergenommen. Aber auch Windräder, das fotografieren ja auch einige von euch. Auch da ist es ein Thema, Rolling Shutter kann da auftreten. Das heißt, Rolling Shutter entsteht durch einen Effekt. Das kann ich euch nochmal zeigen. Wenn ich jetzt das Foto aufnehme, liest die Kamera, wie ich gerade eben sagte, von oben nach unten den Sensor aus. Und während sie ausliest und sich das Motiv auch bewegt oder verändert, bedeutet das, dass das Foto verschiedene Arten von Aufnahmen beinhaltet in diesem einen Bild. Das heißt, oben sieht das Motiv anders aus als unten. Und dementsprechend hast du auch bei einem Windrad oder bei einem Golfschläger diese gebogene Form, wenn derjenige sich quasi zu schnell bewegt zu deiner Verschlusszeit. Das heißt, der Sensor ist gar nicht in der Lage, so schnell auszulesen, wo sich die Position des Objektes befindet. Das heißt, fängt er oben an, ist unten die Position schon eine ganz andere von dem Motiv. Und dementsprechend entsteht dieser Rolling Shutter Effekt oder ein gebogener Golfschläger oder veränderte Windradblätter. Wenn sie sich bewegen und du synchronisierst quasi nicht richtig eine Belichtung, dann kann das passieren, dann kann das auftreten. Denn belichte ich kurz genug, ist meistens der Verschluss, wenn sich die Bewegungen im Rahmen halten, schnell genug, um alles auf einmal auszulesen. Aber auch da kann der Effekt noch auftreten. Das heißt, wir haben zum einen die Begrenzung mit der Verschlusszeit. Wir haben das Problem, dass der Sensor von oben nach unten ausgelesen wird. Und das sorgt dafür, dass man hier und da, insbesondere bei dieser Art von Fotografie oder von Filmerei, dann Probleme bekommt. Was anderes ist es auch beim Filmen. Wenn du filmst und du bewegst die Kamera, du schwenkst von links nach rechts, weil du zeigen möchtest, wo du bist oder möchtest aus der Szene herausführen, dann schwenkst du und bewegst du auch die Kamera. Auch da kann dieser Effekt entstehen. Und das ist auch das, wo die meisten Kameras deutlich Probleme immer noch zeigen. Spätestens beim Filmen wird dann deutlich, wie stark dieser Effekt ausgeprägt ist, also wie schnell die Kamera den Sensor auslesen kann. Zum anderen hat es natürlich auch den Vorteil, wenn du Global Shutter in der Kamera hast, dass das Ganze digital abläuft. Das heißt, es gibt keinen mechanischen Verschluss mehr, gerade in der Sony A9, sondern es wird auf einmal ausgelesen. Das heißt, die Pixel werden auf einmal in den Bildprozessor gegeben und verarbeitet. Und nicht von oben nach unten, also von Reihe zu Reihe, sondern auf einmal. Das heißt, du hast den Vorteil, dass du zum einen, wenn du einen Golfschläger oder einen Golfspieler fotografierst, alle Segmente im Bild zur gleichen Zeit synchronisiert aufnehmen kannst. Das heißt, es kann gar kein Rolling Shutter mehr auftreten, weil für jeden Bruchteil der Sekunde der Aufnahme alles an gleicher Stelle aufgenommen wird und nicht nacheinander. Und zum anderen bedeutet es auch, wenn du Indoor fotografierst und Lichtverhältnisse da sind, die sozusagen für ein flackerndes Bild sorgen. Das kennt vielleicht die ein oder anderen von euch. Canon hat ja auch diesen Anti-Flicker-Effekt extra integriert in den Kameras. Auch das kann nicht mehr auftreten, weil du keine Synchronisationszeit quasi von oben nach unten im Sensor brauchst, sondern das Ganze auf einmal ausgelesen wird. Das heißt also, die Unterschiede in der Belichtung, hell dunkel diese Flecken- oder Streifenbildung, hast du quasi auch nicht mehr, weil der Sensor auf einmal, ich hab's gerade eben gesagt, ausgelesen wird und keine unterschiedlichen Auslesegeschwindigkeiten hat, weil er quasi von oben nach unten gehen muss und die Situation quasi aus verschiedenen Pixeln herausrechnen muss, sondern auf einmal wird das Ganze aufgenommen. Und es hat natürlich auch noch den weiteren Vorteil, dass du, wenn du keinen mechanischen Verschluss mehr dafür brauchst, der Verschleiß sich deutlich minimiert der Kamera. Wir alle kennen das, wenn wir eine Kamera kaufen und die ist gebraucht oder schon ein bisschen benutzt, dann schauen wir meistens, wie viele Auslösungen hat die Kamera schon weg und wenn sie dann schon 80.000, 200.000, 300.000 auf der Uhr hat, dann weiß man in der Regel, dass der Verschluss sich dementsprechend schon so oft bewegt hat, also auf und zu gegangen ist und dementsprechend auch schon etwas verschlissen ist. Etwas anderes ist es beim digitalen Verschluss, da bewegt sich quasi nichts mehr, außer dass der Sensor ausgelesen wird. Also hier haben wir auf jeden Fall den Vorteil, dass sich hier quasi der Verschleiß etwas minimiert und das Ganze natürlich deutlich langlebiger sein sollte. Denn man muss sich vorstellen, wenn der Verschluss auf ein 32.000 oder ein 80.000, wie bei der Sony A9 jetzt gerade, bewegt, das muss ein Verschluss erstmal aushalten, quasi die Schnelligkeit der Verschlusszeit und zum anderen darf er natürlich nicht kaputt gehen, wenn er sich so schnell bewegt. Also hier gibt es deutlich den Vorteil, dass man aufgrund des digitalen Verschlusses nicht mehr dafür sorgen kann, dass der Verschluss kaputt gehen kann, sondern es ist quasi nichts mehr da. Und das sind quasi die großen, wesentlichen Unterschiede zwischen Rolling Shutter und dem Global Shutter. Also ich fasse nochmal zusammen. Bei Rolling Shutter wird der Sensor von oben nach unten oder von einer Seite zur anderen Seite ausgelesen, quasi nacheinander, Zeile für Zeile oder Pixel für Pixel. Das kann für Irritationen im Bild sorgen und bringt am Ende auch diesen unschönen Global Shutter, äh, Rolling, Rolling Shutter Effekt. Und bei Global Shutter wird alles auf einmal ausgelesen und man kann quasi dieser Situation gar keine Chance geben, sich zu verändern, also das Motiv sich zu bewegen, weil alles auf einmal ausgelesen wird. Und ich denke gerade an nächstes Jahr Olympia, wenn man dann mit der A93 auftaucht und kann 120 Frames pro Sekunde aufnehmen, denke für Sportfotografen ist das ein Thema, weil ob 10 oder 20, 30 Bilder pro Sekunde, okay, das ist schon wahnsinnig viel, aber 120, das würde ja bedeuten, dass du ein 4K-Bild Slow Motion, dafür brauchst du ja 120 Bilder in der Sekunde quasi direkt aufnehmen kannst, in RAW, in RAW-Bildern. Und das ist schon echt eine Ansage an alle anderen, deshalb denke ich, wird das früher oder später Einzug halten bei allen Kameraherstellern und es wird dafür sorgen, dass wir in Zukunft bei den meisten Kameras und ich denke irgendwann bei gefühlt allen dann Global Shutter drin haben, weil es einfach so viele Vorteile bringt und vor allen Dingen die Probleme endlich beseitigt, dass ich beim Fotografieren beziehungsweise beim Filmen diesen, ja, unschönen Effekt drin haben könnte und ich denke, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir irgendwann diese Sensoren nicht mehr sehen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das jetzt diese Kamera hier, die diese normale Auslesevariante noch hat, unattraktiv? Nicht wirklich. Und macht man damit bessere Bilder? Wahrscheinlich auch nicht. Also es kommt immer noch darauf an, wenn du fotografierst oder filmst, was dein Zeigefinger sagt, beziehungsweise was deine Gedanken dir sagen, welches Foto du aufnehmen möchtest, welches Motiv du aufnehmen möchtest. Also ich denke, an der Fotografie wird es nicht revolutionär etwas ändern. Es wird eher dafür sorgen, dass einige Sachen einfacher werden, angenehmer werden und wenn das so ist und das hält bei allen Kameras Einzug, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Mich würde interessieren, ob du dir die Sony A9 III kaufen möchtest, ob du Interesse daran hast und wie du das Thema Global Shutter oder Rolling Shutter findest und wenn du einiges davon unverständlich fandest und Fragen hast, stell sie gern hier unter diesem Video in die Kommentare und wenn dir das Ganze gefallen hat und ein bisschen auch geholfen hat, dann gib mir gern einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!